Jetzt ist dunkel, der Berg muss auch mal zu Ende gehen, lange genug gefeiert, aber sicher, wollte ich mal weitermachen, das reicht aber nicht. Und nochmal, ausnahmsweise, ne halbe Stunde, kriegt ihr noch. So, und wir wollen jetzt losschicken, unseren Trauermarsch hinten an der Schenke, denn die werden jetzt feierlich das letzte Fass begraben. Bleibt hier bei uns oben, will ihr wollen.